Speistige Reiste reisen selten bis Elba. Man achtet euch halt selber. Juhu, ich bin hier gerade mit den Jungs im Discord und jetzt wieder was lustiges. Wir haben 1,57 Volt bei 15mA. Natürlich alles Messfehler ist klar. Und jetzt passen wir auf eine Dunen jetzt. Also wir merken uns mal die 1,05 von der Batterie hier. Mit 15mA. Jetzt gehe ich hier ran. Moment. Dass jetzt die LEDs leuchten. Das zieht 13mA, also weniger. Aber die Batterie hat nur noch 1,05. Die fällt schneller. Also ich tue weniger verbrauchen und die Batterie fällt schneller. Jetzt mache ich das ab. Jetzt verbrauche ich mehr. Guckt mal. Obwohl es Amperemeter sagt, dass es mehr verbraucht, hat sich die Spannung erholt. Hm. Okay. Ich tue weniger. Okay. Guck mal. Ja. Okay. Dias.